ARD Text im Auftrag von Funk Hi! ARD Text im Auftrag von Funk Kit, was ist los? Eine Frau aus Litauen wurde umgebracht gestern Nacht im Hotel Europa in Kopenhagen. Freitagnacht ist dasselbe in Antwerpen passiert. Europol besteht auf ein gemeinsames Ermittlerteam aus Berlin, Antwerpen und Kopenhagen. Unsere Kollegen sind aus Antwerpen, Kriminalkommissarin Alicia Verbeek. Sie wissen, wer Ihre Tochter getötet hat. Ich würde gern gehen, wenn Sie erlauben. Alicia Verbeek muss an die kurze Leine. Je kürzer desto besser. Und Jackie Müller, Hauptkommissarin vom BKA in Berlin. Ich bin mir sicher, dass hinter den drei Morden drei ganz unterschiedliche psychologische Profile stecken. Er reist unter seinem eigenen Namen. Er hat nichts getan, um seine Identität zu verschleiern. Er will, dass man ihn sieht. Und warum versteckt er sich, wenn er will, dass man ihn sieht? Weil er nicht verhaftet werden will. Nur weil jemand am Tatort gesehen wurde, heißt es nicht zwangsläufig, dass er der Mörder ist. Ich habe keine Ahnung, was das für Schweine sind. Die haben Menschen und zwar richtig. Die lassen dann einfach verschwinden! Sie sind wieder! Sie sind wieder! Ziehen Sie Ihre Männer ab! Wir müssen sofort verschwinden! Ich bring dich um! Eins! Drei! Vorsicht! Es ist erschütternd, schlimmer als ich dachte.